Ich habe zwei Säcke noch auf dem Hotelzimmer getrunken, was ich jetzt wieder, wie man bei uns in Mecklenburg sagt. Und dann hörte ich, das war echt ein Fehler, weil es war sehr viel Presse da. Das hat eigentlich ganz gut gemacht. Zu der düsteren Stimmung der Serie habe ich einen kleinen Gegenakzent gesetzt. Ah, okay, du hast dann so rumgepöbelt und so. Nö, nicht rumgepöbelt. Ich war einfach freundlich charmant und mir ging alles doch über die Liste. Manchmal macht man sich ja so ein bisschen Stress vor. Ja, ja, ja. Das war gar nicht gegeben. Nee, nee, das war jetzt. Dank Rotkäppchenseck. Oh, Entschuldigung. Wird nicht rausgeschrieben. Hast du denn, also acht Folgen, hat die Serie schon eigentlich alle gesehen? Weil Jan Krauter meinte, er hatte sie eigentlich noch gar nicht alle gesehen und war dann ganz interessant, interessiert, was Krimut erzählt. Der Jan hat sich das richtig aufgespart. Ich habe das alles schon gesehen, ja. Nicht in der finalen Endfassung, das wollte ich mir jetzt auch wirklich aufsparen für meinen großen Fernseher und nicht so auf dem kleinen Laptop. Genau, ich freue mich dann ab Freitag loszulegen. Ich fand das, ich habe mir das geschrieben.